Äh, wie heißen Sie? Voll Paula. Ja, 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 aber da steht hier ein anderer Name, hm? Vorgestern war ich auch Voll Paula. Egal. Jetzt, wo Sie schon mal hier sind, fangen Sie doch einfach an. Zeitpunkt nicht gut. Oder... Wollen Sie, dass Sie jemand begleitet? Hä? Wer sind Sie? Na, der Randy. Dankeschön. Entschuldigung, ich bin jetzt irgendwie rausgekommen. Kann ich nochmal? Okay. Okay, switch. Du gibst mir eine Ohrfeige, und dann gebe ich dir eine Ohrfeige. Und dann gibst du mir eine Ohrfeige. Und dann gebe ich dir wieder eine Ohrfeige. Und dann gibst du mir eine Ohrfeige. Und dann... Au! So. Jetzt bist du dran.